So meine Damen und Herren, da sehr viele sehr begeistert waren von dem ersten Video, wo ich mit der Nasty-Flasche das U in der Flasche erklärt habe, habe ich beschlossen, die Serie jetzt fortzuführen. Die haben eine ganz gewöhnliche ausgetrunkene, halb ausgetrunkene Sprite-Flasche. Den Deckel habe ich hier mal abgemacht, damit hier man rein-uhnen kann. Und das ist nämlich noch gefährlicher als das mit Nasty. Und, boah, das Licht, das blendet so. Dann gehen wir einfach mal zur Sache. So, Hand drauf, Hand drauf, der Druck, also es ist gefährlicher, da ist so eine, keine Ahnung, es baut einen größeren Druck auf, auf den links, und es wird schon immer schwerer zu halten. Oh Gott, warte, und es ist wirklich gefährlich. So, jetzt schüttel ich, jetzt schüttel ich das Ding nämlich auch, und dann kommt es gleich raus. Achtung, es kommt! Es war wirklich hart, es war wirklich hart. Das Skull ist jetzt irgendwie durchs Zimmer geflogen, und, äh, ja, wenn man mal genauer hinzieht, es hat die Sprite-Flasche schon regelrecht zer-dätscht, sag ich jetzt mal. Irgendwie hat es auch den Inhalt verdunstet, es ist nichts mehr drin plötzlich. Naja, wie auch immer, brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich bedanke mich, ähm, und, ähm, wir sehen uns, äh, wieder, ähm, wie macht das aus? Hütteln! 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 Hütteln!